Hallo Leute und herzlich willkommen zu Thee of Thieves zurück hier wir gehen direkt mal auf unser Schiff und gucken mal welche Mission wir denn hier so jetzt machen tun das Schiff ist sogar noch umlackiert okay das ist nice müssen wir das nicht nochmal machen dann schlage ich jetzt die Mission vor und zwar habe ich sowieso noch eine lol und zwar die hier was haben wir hier alle scheiße ich muss wieder auf die Steuerung klarkommen ist wieder ein anderes Spiel Mission H3 sogar okay das ist glaube ich Crooks Hollow wenn ich mal so schätzen müsste also das hier ist Crooks Hollow Alter mein Gott Hilfe so ja sieht so aus oder dann müssen wir hier hin was haben wir hier noch für eine Insel wie hier okay wird wahrscheinlich irgendwo in der Nähe sein ist eigentlich meistens so oder ich find's nicht hä wo ist das denn ja also keine Ahnung wo das jetzt ist würde jetzt einfach trotzdem mal losfahren sonst kommen wir Alter wie weit ist das eigentlich weg Südwesten let's go keine Ahnung wo das ist aber egal auch Gott Leute mir ging es nochmal Anker lichten danach steuerrichten ist schon fast ziemlich richtig warte noch ganz kurz danach das Segel setzen und ach scheiße das ist der Ärmel warte kurz und den Schluck Echsen ne okay aber jetzt geht's los und zwar voll in Felsen scheiße ja perfekt alter guter Start in das Spiel auf jeden Fall ja kann mal passieren das war jetzt natürlich ein bisschen ungeschickt auch von mir aber wir haben ja noch ein paar Planken dann passt das das Gute ist ihr reist mit Captain King und für den ist das kein Ding ja wir wenden jetzt hier mal noch damit wir auf den richtigen Kurs kommen und dann würde ich sagen sehen wir uns bei der Insel denn es geht wahrscheinlich verdammt lange scheiße man oh ne Leute da vorne ist noch ein anderes Schiff oh Gott das ist glaube ich die Insel wo wir hin müssen oh ich weiß sowieso nicht ob das was wird alter ich hab eigentlich nur noch 20 Minuten zum aufnehmen aber mal gucken sieh ich bin auch schon viele Stunden aufnehmen für noch gar nichts geschafft ich hab aber übrigens ich hab übrigens aber die andere Insel noch gefunden aber die ist auch einfach hier oben alter irgendwo wir sind hier gestartet fallen jetzt erstmal hier runter hier bin ich einfach so kurz abgekommen fragt euch nicht und dann boah die Haare alter dann hier ist eine Insel und die Hunden sind zwei alter mein Gott was ist das denn naja ich versuche mein bestes ich meine ja doch haben die da auch gehalten auch Mensch Menschen Skinner dann gehe ich jetzt erstmal zu Snagern das ist ja auch gleich da drüben dann gehe ich da nachher hin dann begegne ich denen vielleicht nicht unbedingt wäre noch so nice weil sonst haben wir noch Probleme und dann ist nicht so geil ja ich meine das ist ja praktisch nebenan Snake Island haben wir übrigens das hier vielleicht fragt ihr euch hä wieso ist Snake Island das ist wegen dem hier das gute ist sie haben die Segel oben das heißt sie chillen wahrscheinlich irgendwo dort hier auf dieser auf Crocs Hollow ja chillig dann haben wir hier freie Bahnen mehr oder weniger und hoffen einfach dass die uns nicht plötzlich begegnen und uns einfach fertig machen weil sonst das wäre asozial wenn ich hier schon extra aufnehmen wir hier und dann kommen die einfach und machen alles kaputt würde ich nicht einsehen tatsächlich und der Wellengang ist etwas heftig aber das juckt uns natürlich nicht mach mal das Segel etwas hoch aber richtig ist dafür immer noch richtig genau weil es macht plötzlich zack und dann bist du auf der Insel also nicht an der Insel sondern wirklich auf der Insel aber das wollen wir natürlich nicht und deswegen machen wir das Segel noch etwas weiter hoch und ich würde sagen wir springen auch schon zum Anker weil ich glaube das reicht nicht mit dem Segel wir halten den aber noch ganz kurz so alter was oh mein Gott perfekt ein paar Gier guck mal ja wir können jetzt hier natürlich direkt auf die Insel suchst du nach Schätzen gar kostbar und teuer entfache an dem großen äh was entfache an dem großen den Stand überblickten Schlangengott Laternenfeuer okay ich vermute oder ich weiß wahrscheinlich wo das der Schlangengott ist mhm oh das ist was ist das denn da sind das Ölschweinchen oh Gott wieso habe ich denn direkt das schon weggezückt ich wollte gerade sagen das ist besser aber er hat überlebt scheinbar ja ok ne das juckt uns jetzt nicht scheiß Lieferkiste ähm ich glaube der Schlangengott ist hier oben irgendwo und ich glaube das ist auch nur eine Steinstatue oder so wow alter oh mein Gott lass mich in Ruhe äh alter da sind ja alles solche monst lass mich doch Bruder mein Gott wieder nur Stress hier ich will doch nur ein scheiß Ding hier ist ein Schlangengott oder nicht natürlich aber ganz komisch oh oh alter was geht dir denn komm her du alter wie schnell du bist zack zack aua das wird wehtun danke alter lass mich doch in Ruhe mal nicht Bruder stirb so kurzes Ablenkmanöver gewesen aber ok wo ist denn hier nochmal eine ah da unten ist noch ein fett der Oschi Mann lass mich in Ruhe will hier einen fricken Schatz ausgraben Mann ey so stressig ne boah ich hab einen Hops genommen glaube ich haha hm ok wir müssen hier Laternenfeuer eigentlich das ist doch der Schlangengott entfache dem großen den Stand überblickenden Schlangengott Laternenfeuer ja aber das ist doch obvysly der Schlangengott oder nicht vielleicht ist es ja auch ein Gemälde keine ist das mein Schiff vielleicht ist es ja auch ein Gemälde man weiß es ja nicht Bruder ähm ja ich bin jetzt hier nochmal die Insel abgelaufen ähm ah das hier ist der Schlangengott ach so er hat mir auch jemand vorher sagen können oder auf das bei dem Denkmal ah der einsammelt Schenkröte auf der Insel gegen Osten ein Schatz gefunden wird ja Osten im Osten der Insel also auch hier irgendwo beziehungsweise vielleicht auf einem anderen Part hier da ist noch ein Beiboot ne aber naja brauche ich nicht im Osten bei was das beim Denkmal der einsamen Schildkröte ok ah die hier wahrscheinlich ich wollte gerade arme Sau sagen aber das ist ja eine arme Schildkröte ne 6 Schritten schritte schritte gegen Nordwesten Nordwesten 6 Schritte 1 2 3 4 5 6 Alter ich glaube hier irgendwo Scheiße äh ne da auch nicht hier äh 0 oh Moinsen ähm hallo sind sie noch bei Trost alle oder geht sie nicht mehr so gut hey was was ich hab keine Schätze ich wink den warte warte weh ah ne scheiße hier mach ich nochmal Emotionen was ist eigentlich für ein Pirat alter warte ich mach auch mit mit meiner Gitarre alter boah was ein Solo man ja äh ja ja tschüssi Leute was machst du denn hier kann ich so auf und absitzen ne geht noch nicht so ah jetzt hat er auch ein Instrument das ist das ist äh Multiplayer World hier in Theob Thieves alter ist doch auch was schönes so wir sind alle zusammen und spielen das Spiel ja reicht auch mal tut mir leid Leute ich hab noch ich hab noch ein bisschen zu erledigen hm West-Nordwest ach man das könnte mir auch jemand sagen man alter West-Nordwest mein Gott West-Nordwest 1 2 3 4 5 6 ja oh 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 lol hätte mir halt effektiv auch jemand sagen können ja so du kommst auch noch weg alter lass mich mein Gott naja kann ja mal kann ja mal passieren so letztlich alle hier lädt doch jemand nach gerade oh oh nein oh nein ja scheiße ich bin tot man wie lost war das denn nehm jeder auch man jetzt bin ich wieder hier man ey Uli ne warte wie heißt du Herr Fehrmann alter ja mein Gott wieder hier Leute echt was soll ich denn machen warte wenn ich nochmal auf dieser Insel spawne graben wir noch kurz schnell zuhause ansonsten hab keinen Bock mehr Junge es ist spät am Abend ich will ins alter ich bin müde und dann werde ich von so scheiß Skeletten in die Luft gespringt die haben auch gar keine Hobbys man scheiß Creeper in Sea of Thieves ja die sind jetzt auch weg das ist irgendwie auch schön hab ich jetzt meine Ruhe hier Aua oh Leute 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 dann haben wir immerhin einen Schatz und dann mein Gott das Ding ist es ist ich hab es wo ist der Schatz denn die Menschen die haben den jetzt einfach ausgerahmen und mitgenommen alle da ist noch hier ok nice wollen wir uns hier erstmal das Gold ja lasst mich in Ruhe scheiße ich kann nicht klettern mit der Kiste ich muss jetzt einfach rennen hier kommen sie nicht hin haha naja wir gehen jetzt wieder an Land oder also an Land an Bord eigentlich eigentlich schade dass mir die Kiste nicht speichern kann aber ist glaube ich jetzt eh nicht so viel wert Leute obviously war es das mit diesem Video es ist einigermaßen genug lang und waren genug Elemente drin ich hoffe es hat euch gefallen auch wenn es einfach kürzer war ich versuche mich in Zukunft besser und mehr also euch ein bisschen besseres Video zu bieten aber es ist einfach schwierig Alter weil die Zeit ist einfach ein bisschen knapp auch wenn man noch eine Ausbildung nebenbei macht und dann so naja auf jeden Fall war es mit diesem Video und wenn es euch gefallen hat dann lasst doch ein Like und ein Abo da empfiehlt mich weiter würde mich unheimlich freuen und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal tschüssi bis zum nächsten Mal